ja sylvaner hatten wir ja schon das war jetzt die station das müsste jetzt das letzte große base gebiet hier sein außer die ugriller dann noch die für beide gilten aber das ist ja was eigentlich separat kann man sagen das dann ab 70 der letzte testflug war das hier hin der bei mir völlig in die andere richtung bei mir nicht richtig gezählt heute und da aus der asche immer alle anderen guckst du mir danach an die meisten ich erkläre es nur gerade dem einen zuschauer ich habe genau ein zuschauer ist immerhin einer mehr als keiner ja ich glaube das müssen möchte die auch stoppen hier wollen möchte ich auch stoppen ach wurde die die automatisch so was ist denn das verhandlungen mit aufseher blablabla wo ist der denn wen sucht man irgendein aufseher der macht hier danke der macht hier irgendwelche rundgänge der hier von das sind die aufseher wind mit der rente eigentlich hoch und da war das ist ein gelber so lange nicht mehr gar gar nicht hier aufseher nur da das war schon das war bin ich peinendronend ja ich guck das immer noch mal kurz ein ich krieg das nicht so schnell durch ja ich guck sie mir dann im quest lock noch mal und ach jetzt war ja genau tötet 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 der fordert mission das ist einmal komplett durch nun ja man kann da hin und dann durchschnitt sehen muss mal gucken ob du auch die einladung ich kann nicht noch mehr davon tragen irgendwo hier hinten waren noch so viele hier gab waren noch die lager und dann noch rechts ach ja die gewand fetzen oder war ja auch noch was das kommt das ist hier hinten das ist in der höhle dann hier naja aber was hat man trocken dienen hier schon schon lange also das weiß ich noch dass du die hier auch sammeln konntest das sind eigentlich nur die bei denen drüben mal durch rein hier mal ein bisschen was pullen ich hab erst ein netz zu und und zweites netz ich glaube es ja nicht mobbing natürlich wieder alles zugeschoben jetzt habe ich auch die netze was fehlt denn noch es fehlt noch ein roderer bisher gleich um elke das ist mit nichts so was brauchen wir noch ihr anhänger hier die klauen der rohner die tropen auch wieder bestimmt einzeln für jeden nicht so zuversichtlich ja das ist wieder los jetzt gleich wieder jeder gegen jäger entschuldigt server down stein bild natürlich sind wir wieder und wie weit wollen wir zurückgeholt gar nicht so weit steht zwar nur im arsch der welt aber ich bin oben im gebiet noch aber auch schon die erste glaube ich muss nein was ich muss die roderer noch mal machen kann nämlich die question noch mal annehmen einnehmen dann kann ich auch gleich noch mal noch unten konnte die ich habe nämlich ausrufezeichen gesehen war geradezu verwundert warum sind da ausrufezeichen aber die einladung habe ich im inventar noch ja ja das ist das kuriose das hatte ich auch schon öfter und sagen wieso habe ich wollstoff das sind die verkleidung ja das sind die gewandfelsen ich konnte hier die roderer noch mal annehmen ich darf die jetzt noch mal zeit zu handeln teil hier kriegt angriffskriff 30 nee es ist doch wieder netze jawoll das ist halt ein server dauernd bei rg und manchmal rollt man da so weit nach hinten das ist einfach nur zum kotzen dieser sogenannte rollback ersetzen beim letzten mal ich komme dazu eigentlich setzt er beim letzten mal server also wann gespeichert wurde an was aber faszinierenderweise kurios ist das unterscheidet sich bei jedem wann gespeichert wird genau wir wollen das für beide anders gespeichert wird für dich und für mich genau das finde ich halt dann hier war alles fertig hast du netze und so netze habe ich schon abgegeben gut die netze hat also musste ich zwar neu annehmen aber die im inventar weitergezählt es muss nur die roderung ja ich dachte immer das ist beim letzten den du gekillt hast dass er dann automatisch speichert aber wenn es zwischen dir und mir schon verschiedene patchstände gibt also speicherstände das ist ja hart das ist ein bisschen die sind in der selben gruppe was für ein schwachsinn wieviel brauchst du noch 3 guck ich nur hier um denn da ist noch einer ab alle wieder weiter bei den clown machen doch eine klauer hat er die klauer hat er komischerweise im inventar behalten und das ist so eine sache die ich dann überhaupt nicht verstehen kann wie kann das dann funktionieren du hast die clown im inventar weil das das ist ja dann gespeichert die klauer habe ich danach gemacht die hat er gespeichert aber die quest irgendwie doch nicht abgeschossen gemacht habe ganz kurios für geschichten hier ja ganz geil wird wenn die christin abgeschlossen sind und nicht zählen für master der lärm das problem hatte ich zum glück noch nie ja zum glück gibt es ja mal ein paar einzelne mehr gibt ja nur wenig gebiete wo es wirklich genau aufgeht ja aber da geht es auch nur genau auf weil einige abgeschaltet sind und so ja wobei sie da eigentlich eigentlich recht gut dabei sind so sechs clown die müssen vorne benutzen ja auch aber ich glaube hier in dem grünen kreis rechts ich habe keine sechs alles hier ich glaube das sieht gut aus jo an ok das funktioniert wieder jetzt habe ich sechs klauen weißt du es ist wo w logik oder ich verstehe es halt echt nicht dafür sind wir noch zu nüchtern tötet die arakur hier gibt es doch irgendwo den händler ja hier der waffenverkäufer der kannst du auch reparieren leichte füren ist jetzt nicht so also ich stehe halt vor dem ok du hast den angang von verkaufen ist wichtig als reparieren kann es auch verkaufen eine runde fliegen ja einmal rechts im kreis das war da oben ach oben ist nur töten das geht ja da müssen wir gucken dass wir die die mütze mitkriegen wenn sie angeschaltet ist das sind die die gruppen so zu 33 prozent die was hier die genau diese beschädigte maske trug christ ach ja die die ist bei mir auch immer gleich getroppt und beim letzten stand da musste ich dann 20 von diesen typen hier klatschen um sie zu kriegen die hätte auch nur eine bestimmte zeit nur zwei stunden steht bei mir nicht dahinter und wenn nur zwei stunden handeln ach so ja hier ist mit handeln genau aber sie hat jetzt kann ich das noch her die hatte nämlich mein ablauf dort um stunde oder so so was brauchen wir noch die großen schlangen und die dinos hier jedoch da gleich jemanden wieder zu seinen ärzten ich habe ein roch nur auf die auf die nun geschickt also direkt richtung erz dann brauche ich lieber eine externe runde jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020